Findet ihr das Grund, euch jetzt hier vor den Gästen zu streiten? Ja. 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 Schnauze. Ihr müsst entschuldigen, die Sache entleitet mir langsam. Es tut mir sehr leid. Mir nicht. Nadine? Ja? Könntest du mich mal kurz entschuldigen? Ja? Du bist irgendwie mietlich. Marcel. Ja? Hast du dich beruhigt? Ja. Marcel ist jetzt ein schöner Abend. Ja. Atmosphäre ist schön. Ja. Versorgung ist gut. Ja. Temperatur ist angenehm. Ja. Wetter ist prima. Ja. Eins von eins macht zwei. Das hat er. Das hat er. Ich wiederhole die Frage nochmal. Eins von eins macht zwei. Kann ich jemanden anrufen? Nein. Oh. Warte, wir kommen mit der Unterhaltung nicht so richtig voran. Wie wär's denn, wenn ihr beide jetzt zum Schluss für die Gäste noch gemeinsam ein Lied singt? Geschenke Geil, 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 geil. Aber scheiß drauf, das ist ein Krärlekor vis. Oh! 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 Na la 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 la! Schau dir mal, was du angerichtet hast. Ja! Aber scheiß drauf, das ist ein Krärlekor vis. Oh! Aus! Ja, nein, 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 das singt man nicht. Ich bitte, wir sollten mal was Ruhigeres singen. Was Ruhigeres, was ein bisschen hier zum Anlass passt. Dir, Herr, dir, Herr, nein. Zum Anlass, die Belegung und so. Darf ich mal was vorschlagen? Ja, gut. Dann würde ich vorschlagen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir könnten singen. Darf ich mal aussehen? Merkt ihr was? Jetzt will er mich fertig machen. Ihr, Frau, 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 Frau. Sag mal, du hast doch früher in der Matte schon hinterm Schlachtzeug gesessen, oder? Also, ich würde vorschlagen, wir singen das schöne Lied. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Oh, ja, das ist schön. Nadine, du kippst ja auch noch da. Ja. Das gefällt dir, ne? Ja. Das kennst du auch. Ja. Und das willst du auch? Nein. 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 Doch. Nein. Schnau. Schnau. Aber eine kleine Stimmprobe. Nadine, kann ich von dir mal ein schönes A haben? Sehr schöne Stimme, wie ein Glöckchen. Das gleiche auf der Sache. Sie hat gut vorgelegt. Marcel lieb alles. Ich sagte Glöckchen, nicht Glöckchen. Naja. Komm, warte mal. Hier. Das kommt ein schönes, kräftiges A. Ja, komm, ist gut. Lass mich durchgehen. Wir fangen jetzt ganz einfach mal an. So weinte, so wunderschön, wie heute. So weinte, der durfte ich. Ne reputieren. Ne reputieren. Das ist dein Applaus. Und das war eure Liederin. Ja, ich hab dich na. Jetzt hör dir das an. Die Liste, dein Applaus. Dein Applaus. Ja, hier. Ja, da. Ja, da. Stating reservations. Ja, ihr habt Geschmack, ihr habt Geschmack, die Kultur war Western, heute ist Navi. Das könnt ihr da hinten nicht sehen, Tränen der Hürung, rennt ihr gerade den Rücken herunter, das ist, ich bin selbst ganz krass. Hat uns aber auch nicht überrascht, ja, warum ist das ja schon vorher bei der kleinen Stimmprobe gedacht, dass das schön wird, ne? Zugabe. So, alter, auf dem man sich so freu-te. Was? Tö. Bitte? Tö. Tö. Bitte? Tö. 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 So ein Tag, der wirst den Lisa gehen. Ja. Lisa D. Ja. Eh. Eiss... Eins... Ja... 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 Eh... Ja... Eh... Eh... Ninii... Eeeh... Ttech... Das... Dankeschön! Und hier ist es noch für David und Sel!